Herzlich willkommen zur CoffeeCup Learning Einheit Digitale Materialien verwalten und zur Verfügung stellen. Heute lernen wir, wie wir unsere digitalen Materialien in Cloud-Speichern sichern und anderen wie zum Beispiel unseren Schülerinnen und Schülern oder Kolleginnen und Kollegen zur Verfügung stellen können und wie wir mit Social Bookmarking Diensten all unsere nützlichen Links sammeln und verwalten können. Gleich zu Beginn unserer Einheit wollen wir uns einige bekannte Cloud-Speicher ansehen. Doch was sind Cloud-Speicher überhaupt? Dabei handelt es sich um Online-Speicher. So können wir also von jedem PC, Laptop, Tablet oder Smartphone aus via Internet auf unsere Daten zugreifen. Eine beliebte Cloud-Speicher-Lösung ist Dropbox. Nach Registrierung stehen jedem Nutzer, jeder Nutzerin 2 GB kostenloser Speicherplatz zur Verfügung, der allerdings erweitert werden kann. In unserer Dropbox können wir Ordnerstrukturen anlegen und dort unsere Dokumente, Fotos und Videos ablegen und für andere freigeben. Installieren wir Dropbox auf unserem Gerät, so können wir unsere gewünschten Dateien direkt in diesen Ordner beziehungsweise in die dort angelegten Unterordner hinein speichern und sie werden in der Cloud synchronisiert. Ein weiterer weitverbreiteter Cloud-Speicher ist OneDrive. Nach Registrierung stehen uns 5 GB kostenloser Speicherplatz zur Verfügung, der ebenso erweitert werden kann. Auch in OneDrive können wir unsere eigenen Ordnerstrukturen anlegen und dort unsere Dokumente, Videos und Fotos ablegen und mit anderen Nutzenden teilen oder einen Link generieren und diesen per Mail verschicken. Außerdem haben wir die Möglichkeit gleichzeitig mit anderen Nutzenden an einem Dokument, zum Beispiel in Word, Excel oder PowerPoint zusammenzuarbeiten. Auch OneDrive können wir auf unseren Geräten installieren und dort direkt Dateien ablegen, die laufend synchronisiert werden. Eine weitere bekannte Cloud-Speicherlösung ist Google Drive. Google Drive bietet nach erfolgter Registrierung ähnliche Möglichkeiten wie die beiden vorgestellten Cloud-Speicherlösungen. Das kollaborative, gleichzeitige Arbeiten, das simple Sammeln von Dateien oder aber auch das Teilen von Dateien mit anderen Nutzenden ist möglich. Anhand von Google Drive wollen wir uns ansehen, wie wir Ordner erstellen, Dateien hochladen und anderen zur Verfügung stellen können. Nach erfolgreicher Anmeldung gelangen wir auf die Seite Meine Ablage. Durch Klick auf den Button Neu können wir verschiedene Funktionen auswählen. Wir wollen einen neuen Ordner erstellen und klicken auf Ordner. Nun benennen wir unseren Ordner und klicken auf Erstellen. Wir wollen eine Datei in den erstellten Ordner hochladen. Dazu klicken wir auf Neu und wählen Datei hochladen aus. Nun suchen wir die gewünschte Datei, wählen diese aus und klicken auf Öffnen. Unsere Datei wird nun in den Ordner geladen. Jetzt wollen wir unsere Datei mit anderen teilen. Dazu markieren wir diese mit einem Mausklick und klicken auf das Freigeben-Symbol. Wir geben die E-Mail-Adresse der Person ein, mit der wir unsere Datei teilen wollen. Durch Klick auf das Stift-Symbol können wir noch einstellen, ob die anderen Nutzenden die Datei auch bearbeiten oder nur ansehen dürfen. Durch Klick auf Senden wird der Freigabeprozess abgeschlossen und der andere Nutzer, die andere Nutzerin, bekommt via E-Mail einen Link zum Abrufen der freigegebenen Datei. Nun kann dieser diese je nach Einstellungen unsere Datei ansehen, herunterladen oder eben auch bearbeiten. Abschließend wollen wir uns noch ansehen, wie wir unsere Lieblingslinks sammeln, organisieren und wiederfinden können. Als Tool wollen wir hierzu Pinterest nutzen. Wir rufen dazu die Webseite pinterest.com auf und registrieren uns. Gleich auf der Startseite bekommen wir jede Menge Pins vorgeschlagen. Wir wollen jedoch eigene Pins und Pin-Wände anlegen. Dazu klicken wir in der Menüleiste auf das Personensymbol. So gelangen wir auf unsere persönliche Pinterest-Seite. Hier sehen wir, sofern wir schon welche angelegt haben, all unsere Pin-Wände. Wir wollen nun eine neue Pin-Wand erstellen. Klicken auf das Plus, vergeben einen Namen und klicken auf Erstellen. Nun wollen wir noch einen Link hinzufügen. Dazu klicken wir auf das kleine Plus am rechten unteren Bildschirmrand. Wir wählen von einer Webseite Merken aus, kopieren die URL in das weiße Feld und klicken auf Weiter. Nun werden uns einige Bilder vorgeschlagen, die wir pinnen können. Wir wählen eines aus, klicken auf Merken und pinnen unseren Link auf der zuvor erstellten Pin-Wand, Digi-Comp-P. Nun können wir unseren Link auf dieser Pin-Wand wiederfinden. In dieser Coffee-Cup-Learning-Einheit haben wir gelernt, wie wir unser digitales Material in verschiedenen Cloud-Speichern ablegen können, wie wir Dateien mit anderen, also zum Beispiel unseren Schülerinnen und Schülern oder Kolleginnen und Kollegen teilen können und wie wir unsere Lieblingslinks mit Social Bookmarking-Diensten sammeln und organisieren können. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und viel Spaß bei Ihren weiteren Coffee-Cup-Lerneinheiten.